Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play auf diesem Kanal. Heute spielen wir Bread and Thread und zwar nicht alleine, sondern mit dem Diddl. Jo, Hallöchen. Hallöchen. Ist ein Koop-Plattformer mit süßen kleinen Pinguinen. Ja, ist leider nur eine Demo, heißt mal gucken wie weit wir kommen. Man ist halt so zwei Pinguin-Brüder oder Geschwister. Keine Ahnung, ob wir... Yeah. Moment, sehr gut. Ob wir Geschwister sind. Ja, und wir sind an so einen komischen Rope dran befestigt. Wir können nicht so weit voneinander weggehen, wie wir gerne wollen würden. Hey, wie siamesisches Zwillinge. Nein, bitte, lass mich... Meinst du, Pinguine leben wirklich in solchen Iglus? Ja, ne? Mit denen kann man reden. Na klar. Well, the time has come. Be careful. Now go, get out of my sight. I'm gonna take a nap. Alles klar, Gag. Netter Typ. Ich dachte, du bist... Ach nee, du bist Fred, ne? Warte, wer sind hier? Bread and Thread, genau. Fred and Thread. So, ui. Zusammenkommen war da hoch. Hätte ich ja nicht ge... Hä? Okay, los. Hilf mir hochzukommen. Also wir können höher hüpfen, wenn wir beide gleichzeitig hüpfen. Das habe ich jetzt schon mal gelernt. Oh Gott, da muss man sich ja voll absprechen. Voll schwierig. Okay, oh ja. Kennen wir mal mit Charlie. Oh, das ist Charlie. Ach, kennen wir doch alle schon. YOLO. Wir kriegen das von uns aus raus. Was? Was? Warum stand da X? Achso, X ist ranziehen. Hier, nee. X ist hinsetzen. Und dann kannst du dich schwingen. Cool. X. Und jetzt kannst du da unten so rumschwingen, weil ich jetzt einfach so ein Klotz bin. Und du musst jetzt sagen, wann du rechts hoch möchtest. Dann lass ich los. Jetzt. Ja, das hat doch funktioniert. Okay, 1, 2, 3. Ja, okay. Nein. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich sehe schon wieder. Nein. Das wird doch alles nichts. 1, 2, 3. Ja, fast. Zieh mir um. Oh, oh, ich... 3, 2, 1. Go! Ja, okay. War einfacher als gedacht. Der Frank. Okay, also wir sind ein Dorf von irgendwelchen Pinguinen, die hier immer den Berg hochklettern, oder was? Oh Gott. Nicht da runter. Bitte lassen Sie das. Kannst du auch von dir aus da hochklettern? Nein, ich kann... Ich kann gar nichts machen, wenn ich so dumm da hänge. 1. Go! Okay. Ja, ja, okay. Immer hin. Einfach, wenn ich auf der rechten Seite bin, loslassen und mit drüber springen. Ja. Ja, ja. Oh, ja, fast. Voll auf die Fresse geflogen. Okay, aber man stirbt anscheinend nicht. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Achso. Wie? Kann ich auch ein Looping machen? Das wäre ja richtig krass. Oui, oui. Ja, ja. Ja, schon, oder? Hm. Hey. Nee, weiter geht nicht. Achso. Du musst schon springen. Komm, komm, sie hoch. Komm, sie hoch. Oh, ich kann doch ein Looping machen. Wild. Oui. Wenn du denkst, dass der schwirrt. Okay. Diese Geräusche, wenn man auf die Fresse fliegt. Ich lieb's. Oh, ja, na gut. Achso. Ich darf, wir springen ab. Nicht einfach. Oh Gott. Das ist ja fast wie getting over it. Eins, zwei, drei. Achso. Ja, klatsch heute in die Hände ist auch in Ordnung. Wir kriegen nicht mal das erste Level, nicht mal das Tutorial. Diesmal kriegen wir das hin. Oui. Nee. Ich glaube, du musst in die andere Richtung schwingen, oder? Und dann? Achso, das, ja, kann auch. Ja. Wir brauchen den Volltitel gar nicht, weil wir sowieso nicht so weit kommen. Ja. 20 Stunden Spielspaß hiermit. Also. Also. Ich will's immer probieren, ohne das einzählen. Irgendwann sind wir synchronisiert, dann springen wir mal gleichzeitig. Ich glaube fester dran. Siehst du? Du willst wieder nicht. Ich will mal schwingen. Ja. Du meintest jetzt, wenn du auf der anderen Seite bist. Nein. Nee. Das geht auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung, ey. Nice. So, guys, if you have reached a side, because you are very bad, I do. Aber wie kannst du denn noch mehr Schwung da holen? Ja, so rum, ne? So links rum, genau. Weil dann schleudert er nach oben. Okay. Ja! Richtig gut! Das hat nur 15 Minuten gedauert. Los, lass abklatschen. Einen Moment. Oh. Oh. Ist doch nicht dein Ernst! Was ist das? Sag ich doch, es gibt solche Dinger. Scheiße! Wir haben einen Geheimraum gefunden. Ach, Mann! Ist doch nicht dein Ernst! Aber es klang noch so gut. Ist doch nicht dein Ernst, Mann! Da kommen wir nicht mehr hoch, ne? Oh, Mann! Dann schaffen wir das einmal! Ich wollte abklatschen und dann fallen wir da runter. Wie sind wir denn da runtergefallen? Lass mal ja zusammen hochspringen. Ach so, einer muss da ran, genau. Let's go! Wave Party! Hallo, Sam! Oh, ich glaub, du kannst dich gar nicht... Ja, du fällst da gleich runter. Du kannst dich nicht unendlich dran festhalten. Du bist so ganz rot geworden. So, und dann muss ich einfach nur da rauf. Du musst eigentlich gar nichts drücken, weil... ...easy... ...easy... Oh, alles klar. Mach's? Passt. Lieber Einzelnen. Mach du! Oh Gott! Okay, okay, okay. Aber wir müssen da gar nicht rüber, oder? Doch, einer muss genau. Wieder an die Wand ran. Und dann rüberswingeln! Voll easy das Spiel. Ich mach's einfach. Jetzt haben wir's raus. Eins, zwei. Ach so, warte. Eins, zwei. Und dann zähl ich ein. Ach so. Nein, okay. Go! Nice. Okay. Ja, ja. Okay, aber wir haben's jetzt raus. Wollen wir erst unten gucken oder oben? Ja, komm, lass mal runter gucken. Komm mal vor selbst, oder? Da geht's hoch. Ach so, das ist da, wo wir eben waren. Okay, okay, okay. Essie, Essie, Essie. Okay. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das wird nichts. Also, ich halt mich wieder fest, ne? Ja. Aber wir müssen halt gleichzeitig losspringen. Nein, 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 nein. Das war so klar, das war so klar. Hä, aber wir sind wieder hier. Nein. Äh, wo sind wir? Du musst dich hinsetzen. Ja, wir haben die Abkürtung wieder drin. Ah, das ist, ah, ja, 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 ja. Das war alle, die runterfen. Hier waren wir noch nie. Der zweite, oh, das war richtig. Ich glaube, ich muss aufpassen, dass ich spiel. Was ist passiert? Aber das wird doch niemals was, oder? Wie sollen wir denn jemals da rüberkommen? Ach, ich muss mich auf der anderen Seite festhalten. LT war das, ne? Ach so. Sorry. Sorry. Ach, du kannst besser festhalten. Oder ich, ich, ich. Ich will mal festhalten, weil ich wissen will, wie das funktioniert. Warte, kann ich mich hier auch festhalten? Ich will nur mal gucken. Ja, mit LT. Ja, da geht's nicht. Oder kannst du das? Also, so. Doch. Hä, was ist? Ah, falsche Taste gedrückt. Okay. Ach, T für Trigger. Ja, das macht Sinn. Okay, okay, okay. Hä? Was hast du gedrückt? Den oberen. Ach so. Den Bumper. Ach, deswegen heißt er LB. B und T. Für Bumper und Trigger. Wow. Ja. Du als erstes oder ich? Ja, ich als erstes. Du musst, glaube ich, gar nicht loslassen. Ich komme da auch so ran, oder? Ja. Ja. Oh Gott, aber jetzt muss ich rechtzeitig loslassen. Du müsstest dich dann sofort hinsetzen. So, sofort hinsetzen hast du gemeint. Okay. Ich sitze, ich sitze. So, jetzt musst du später auslassen. Ah, wir müssen uns wieder da festhalten. Ah. Aber mit hinsetzen oder ohne hinten? Ja. Lass mal gucken. Eins, zwei, drei. Ja. Ich glaube schon, oder? Ja, okay. Vertikal auch. Ich glaube auch. Okay, gut, dass du nicht gesprungen bist. So, los, lass los. Okay. Okay, okay. Wir sind safe. Wenn wir da oben sind. Wieso ziehst du mich durch die Wand? Äh, kommst du bitte? Scheiße. Nein, das kann doch nicht dein Ernst sein. Bitte komm. Ja, 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 du schaffst das. Okay, sehr gut. Ja. Die Bugs regeln sich von alleine. Hallo. Wer sind Sie? Edgar. Hey, Bro. Wir sind Trenton. Achso, der Tote daneben. Tote Schildkröte. Loll. Oh, sie ist aus Gold. Lass sie mitnehmen. Ich habe mich nicht getraut. I'm sorry. I'm sorry. Der Moment, wenn du im Sprung. Oh Gott. Dir das nochmal anders überlegst schon wieder. Oh Gott, da geht es ganz schön. Da geht es so tiefer bergab. Ich habe Angst. Ja. Ich habe auch Angst. Das ist ein übelst langer Sprung. Eins, zwei... Okay, 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 okay. Das ist aber wirklich wie Getting over it. Nur zusammen so. Schlimm. Einfach nur schlimm. Aber wir kommen wieder hoch. Ähm, springen? Nein, nein! Sondern? Aber wie denn sonst? Da hast du ihn nicht hingesetzt. Oh, du siehst ja süß aus. Oh Gott, Pinguine können einfach nicht böse gucken. Wir sind doch aber so hochgesprungen wie gegangen, oder nicht? Letztes Mal. Sind wir? Keine Ahnung. Ja, komm, jetzt probieren wir es hier. Okay. Aber es wird doch sowieso nix. Na gut. Oh, das funktioniert. Komm. Hä? Okay. Hätte ich nicht gedacht. Das muss jetzt funktionieren. Oh, okay. Ne Höhle. Aber hier ist das schon mal cozy. Wollen wir hier nicht einfach bleiben? Ja. Ich weiß auch nicht. Ist doch schön. Zum Schmeder. Doch gut. Ja, hier ist die Luft. Doch gut. Luft. Okay. Feuchtigkeit. Du bist der Barter. Du musst das sagen. Wer auch immer vorne ist. Was? Luftdruck. Wieso muss ich das sagen? Ist doch hier der. Nein! Ich habe festgehalten. Nein! Ich habe festgehalten gedrückt. Er hat sogar die Animation gemacht. Oh, ist das frustrierend. So, warte. Wir können ja... Wollen wir das anmachen? Mit diesen Checkpoints? Dass man nicht immer ganz runterfällt. Ja, ne? Ja, 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 ja. So, ich muss mich wieder festhalten. Gut. Oh, gut. Nice, you. Du hast voll drauf vertraut, dass du das jetzt gerade... Okay, 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 okay. Gott. Schwing. Nein. Nein. Oh, mein Gott. Gott, 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 Gott. Okay. Einmal ausruhen. Da denkt ihr wahrscheinlich könnt mich festhalten. Kannst du auch. Oh, das ist trotzdem... Achso, ich muss loslassen. Du musst jetzt auslassen. Oh mein Gott. Achso, weil sich einer immer nur ausruhen kann. Fies. Gott. Boah. Boah, wir sind so gut. Okay, das haben wir gut gemacht. Lass uns einklatschen. Äh, einklatschen. Nice. Leicht, passiv-aggressive klatschen. Äh, super. Ja, du musst schon auf der anderen Seite festhalten. Oh. Oh. Alter, wenn man das immer wieder alles machen müsste. Ist ja schrecklich. Boah, ey. Das hätte ich schon aufgehören. Ja, nur weil man einmal was verkackt. So, du lässt dann los, oder was? Ne, lass einfach irgendwann los. Ah, du musst dich fett machen. Was los, was los, was los, was los? Nein. Was? So richtig verstanden habe ich es aber noch nicht. Einfach auf gut Glück loslassen, oder? Ja, ich glaube schon. Hm, passt. Hm, falsche Taste wieder gedrückt. Okay, ich mache mich einfach fett. Die ganze Zeit permanent. Einfach fett, Mann. Ja, dann passiert ein Nix. Wenn man dick ist, ist einfach die Welt besser. Ja, lass einfach mal irgendwann los. Soll ich dich hochziehen? Ich versuch, dich mal hochzuziehen. Ja, zieh mich mal hoch. Dann haben wir bessere Chancen, I guess. Wenn wir da drauf springen. Ja, ja, spring mal rüber. Demo vorbei. Bitte Demo vorbei. Oh, jetzt kommt ein Bosskampf, sag ich dir. Oh ja, Bosskampf wäre geil. Wie das aussieht zwischen diesen ganzen Fisch. Ich höre schon lecker aus, oder? Ja. Wollte schon immer lecker aussehen. Ja, 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 hinsetzen. Bist du ja gar nicht gesprungen, du Lügner. Wie soll ich dir jemals wieder vertrauen? Achso, soll ich mich rüber... Nee, ja. Dann müssen wir aber beide rüberkommen, ne? Ja, ja. Ich kann das überhaupt gar nicht, nee. Aber siehst du so aus, als wenn du der schlaue Pinguin von uns beiden wärst. Obwohl, nee, wir sind dick und doof. Wir sind dick und doof. Und jetzt. Easy. Nice. Du bist der Boss, lass uns den Boss töten. Du stirbst. Axel. Sorry. Ich arbeite noch. Scheiß, sorry. I don't care. Aber hier geht es nicht weiter. Das war... Achso, das ist die Demo. Ich glaube, er hat uns erzählt, dass es vorbei ist, oder? Ich glaube, er arbeitet noch. Ja, 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 stimmt. Ja? Wir haben die Demo geschafft. Easy. Easy peasy. 52 Minuten. Moment, wo ist die... Da. Gotcha. Falsche Richtung. Und was machen wir jetzt? Wollten wir nicht ganz nach oben? Wir prügeln ihn gleich K.O., wenn er nicht schneller arbeitet. Und, wie fandest du das Spiel? Schwierig. Schwierig, ja. Aber witzig. Ohne die Checkpoints geht das ja gar nicht irgendwie. Nee, gar keine Chance. Ja, man fällt es auch immer viel zu weit runter, finde ich. Also man sollte schon mit Checkpoints spielen, aber so für eine Demo. Aber es ist bestimmt interessant, wenn jemand das dann so richtig kann. Ja. Die Speedruns und der ganze Scheiß. Ich bin gespannt, ob es dann später noch irgendwie mehr Mechaniken gibt, außer immer nur diese Rope. Weil wir hatten ja jetzt schon ziemlich oft immer das Gleiche, ne? Ja. Klar, die Bewegten machen es schon schwieriger, aber... Alles, was so ein bisschen ANG ist, macht das natürlich schwerer, wenn man irgendwie einzählen möchte oder sowas. Ja. Also da kann ich mir einiges noch vorstellen. Mhm. Irgendwie so Speedpassagen vielleicht. Also, dass man irgendwie eine Rutsche hat oder so und da mal rechtzeitig springen muss oder so. Keine Ahnung. Dann auf jeden Fall, danke, dass du mit dabei warst. Ah ja, irgendwie ein bisschen witzig. Zumindest die meiste Zeit. Ja. Danke, dass ich mitspielen durfte. Ja. Und dann, danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und dann sehen wir uns dann nächstes Mal wieder. Ui, ui. Genau. Tschüss.